Vitrine Media präsentiert das VM Light & Play 1000, einen völlig neuartigen Full HD 21,5 Zoll und 1000 CD LCD Bildschirm zur Wiedergabe von dynamischen Inhalten in Schaufenstern sowie Innenbereichen. Das VM Light & Play belebt jedes Schaufenster, indem es ermöglicht, Filme und Videos abzuspielen. Dabei kann das Light & Play auch auf Inhalte eines Netzwerks zurückgreifen. Auf der Rückseite befindet sich ein USB-Port. Die VM Live-Schnittstelle bietet zusätzlich die Möglichkeit, mit dem Internet verbundene Peripheriegeräte anzusteuern und dort Daten abzurufen. Noch einfacher, ein einziger Zugang kann einen oder mehrere Bildschirme steuern. Dank seiner flexiblen Befestigungen lässt sich der Bildschirm sowohl im Hoch- als auch im Querformat nützen. Das VM Light & Play ist mit den LED-Displays der Modellreihen VM1 und VM2 kompatibel. Im Innenbereich kann es mit Hilfe des Befestigungssystems VM Wall an Wänden fixiert werden. Das VM Light & Play reiht sich nahtlos in die Produktpalette von einfach zu bedienenden, hochwertigen und leicht zu installierenden Produkten von Vitrine Media ein. Mit diesem Bildschirm lassen sich Schaufenster in dynamische und leuchtende Präsentationsflächen verwandeln. Das VM Light & Play